Superhelden sind da, wenn Gefahr droht. Und sie beschützen diejenigen, die in Not sind. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Im echten Leben tauchen sie niemals auf. Und dann kam Ulysses. Jeder Superheld kommt zu uns mit einer Bestimmung. Wir erkennen sie nicht immer sofort. Weil wir gar nicht wissen, worauf wir achten müssen. Flora? Was ist das? Ich bin Ulysses. Von neuem geboren. Heiliger Blitz aus heiterem Himmel. Hast du das geschrieben? Er ist ein Superheld. Was? Hast du irgendwelche Feinde? Ich komm wegen des Eichhändchens. Gefahren lauern überall. Ist er? Er fliegt, ja. Etwas Neues lag in der Luft. Und die Welt begann aufregend zu werden. Lauf, 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 lauf! Wer hat Hunger? Jetzt ziehen. Komm schon. Ulysses! Menschen blicken zum Himmel, wenn sie auf Beistand hoffen. Und so schickt uns das Universum... Ulysses. Kannst du auch sprechen? Okay, richtiges Sprechen ist das nicht. Aber Wahnsinn! Das ist so, eseliegend? Wir sehen uns auch, wir sehen uns mal wie ein. Untertitelung des ZDF, 2020